Er findet für sich selbst die schwerste Route am El Capitan, ist seit der Kindheit ein Ausnahmetalent im Klettern, wurde in Kyrgyzstan von Rebellen entführt und bekommt seinen eigenen Kinofilm. All das passierte Tommy Caldwell und seine Geschichte ist mit seinen 42 Lebensjahren noch lange nicht geschrieben. Willkommen bei einer neuen Episode von Legenden im Porträt. Heute geht es um den Kletterer Tommy Caldwell. Tommy Caldwell wurde am 11. August 1978 als Sohn von Mike Caldwell, einem ehemaligen Bodybuilder und Kletterer in Estes Park in Colorado geboren. Er wurde schon früh von seinem Vater Mike mit zum Klettern genommen und so konnte er sich das erste Mal mit sechs Jahren am Fels probieren. In jährlichen Trips in den Yosemite Nationalpark konnten er und seine Schwester immer wieder an den großen Wänden des El Caps herumprobieren und die Kletterfähigkeiten ausbauen. Das alles sollte sich eines Tages lohnen. Schon als Jugendlicher schaffte er es mit seinen gewaltigen Leistungen im Yosemite Nationalpark in lokale Zeitungen und Klettermagazine. Tommy war unter den Felskletterern ein junges und frisches Talent. Auch abseits des Kletterns florierte das Leben von Tommy Caldwell durchwegs. Schon in seiner Jugend lernte er seine damalige Partnerin Beth Rodden kennen. Auch in seinem Film, über den spreche ich gleich noch, erwähnte er diverse Male, dass sie wie füreinander bestimmt waren. Vor allem teilte sie die Liebe zum Klettern und so wurden sie schnell zum erfolgreichsten Kletterpaar in der Szene. Ihre gemeinsame Leidenschaft brachte sie dann im Jahr 2000 auf einen besonderen Trip. Der Weg führte sie nach Kyrgyzstan zu diversen Kletterprojekten, an denen erneut neue Maßstäbe in unerschlossenen Regionen erreicht werden sollten. Doch es sollte alles ganz anders kommen. Caldwell, seine Partnerin Rodden und die weiteren Begleiter Dickie und Smith werden alle von kirgisischen Rebellen gekidnappt. Sechs Tage lang waren sie in den Händen einer Rebellengruppe, während diese vor ihren Augen andere Menschen tötete und folterte. Doch die vier sollten kein Opfer der Miliz werden, wobei der Grund für ihr Überleben letztlich ein fast schon dramatischer war. Früh während der Entführung fiel den Amerikanern auf, dass die Gruppe sich offensichtlich in diesem Gebiet weder auskennt, noch die richtigen Fähigkeiten zum sicheren Fortbewegen in dieser Art von Terrain hat. Immer wieder verließen Teile der Rebellen die Gruppe, bis zu einem Zeitpunkt über einem steilen Felsabbruch nur noch ein einziger der Täter vor ihnen die Gruppe führte. Caldwell sah eine Möglichkeit, dieses Horrorszenario zu überleben und sich und seine Freunde zu retten, indem er den letzten verbliebenen Rebellen vor sich töten würde. Doch der schwer bewaffnete Mann hätte sich nicht wehrlos geopfert, sodass Caldwell erkennen musste, dass die einzige Chance wäre, den Mann von der Klippe zu werfen. Er musste das Leben eines Menschen opfern, um sein eigenes zu retten. Für einen jungen Erwachsenen wohl eine unglaublich dramatische Situation. Tommy entschied sich, es zu tun und in einem passenden Moment packte er den verbliebenen Entführer und stieß ihn in den Abgrund. Er verschwand in der Dunkelheit und die vier Kletterer waren frei. Jedoch waren sie immer noch nicht sicher, wo die restliche Gruppe war. Sie profitierten von den vergangenen Tagen und dem dementsprechenden Wissen, dass die Rebellen selbst kaum eine Orientierung hatten. Durch viel Glück rannte ihnen letztlich keiner der Rebellen mehr über den Weg und sie hatten noch gut in Erinnerung, wo ein möglicher Stützpunkt der Armee sein könnte. Als sie diesen gefunden haben, wurden sie völlig ausgehungert und traumatisiert ausgeflogen. Doch so ein Ereignis bleibt nicht spurlos, was, denke ich, für jeden Menschen mehr als nur nachvollziehbar ist. So hat sich die Beziehung zwischen Bethlehem und ihm daraufhin immer mehr verändert und Tommy distanzierte sich immer mehr von der Außenwelt. Das Klettern wurde zu seiner Therapie. Im Jahr 2010 haben sie sich dann letztlich scheiden lassen. 2001 kam es beim Hausbau zu einer weiteren Trangödie für jeden beruflichen Kletterer. Tommy Caldwell sägte sich während der Arbeiten mit einer Kreissäge einen großen Teil seines Zeigefingers ab. Eine Rettung des Fingers war nach vielen Operationen und Versuchen dennoch nicht möglich, wobei sich Tommy davon nicht entmutigen ließ. Und auf die Aussage eines Arztes, dass er sich nun einen neuen Beruf suchen müsste, sinngemäß geantwortet hat, Scheiß auf den, weiß der schon, was ich kann. So härtete er seinen Stumpf ab und trainierte weiter. Das Unglaubliche wurde wahr, er wurde noch besser als zuvor. Oftmals hörte man Scherze, dass sein Zeigefinger wohl nur Ballast für ihn gewesen sein muss. So hat er sich um die Zeit seiner Trennung herum ein neues Projekt gesucht. Eine Ablenkung zu seinen Schwierigkeiten im privaten Umfeld. Und dieses Projekt war die Dawn Wall. Eine neue Route von Tommy Caldwell selbst am El Capitan. Sie gilt als die schwerste Route an dieser Wand und vor allem war eigentlich bis zuletzt nicht wirklich klar, ob sie überhaupt durchstiegen werden kann. Denn vor allem die Schlüsselstelle, ein Quergang ohne wirkliche Strukturen, also eine fast spiegelglatte Wand, machten ihn skeptisch. Doch zusammen mit seinem Partner, einem äußerst begabten Boulderer namens Kevin Jogson, begab er sich an diese Route. Für den Durchstieg brauchten sie keine Stunden, Tage oder gar Wochen, sondern Jahre. So kamen über die Jahre immer wieder Zweifel auf, ob bestimmte Passagen wie eben die Schlüsselstelle oder auch ein dynamischer Sprung überhaupt überwunden werden können. Sechs Jahre lang hat er diese Route durch die Dawn Wall geplant, vorbereitet, ausgeboldert und dann letztlich mit Kevin Jogson nach vielen Misserfolgen und emotionalen Tiefpunkten meistern können. Das Projekt der Dawn Wall wurde letztlich auch von Red Bull dokumentiert und verfilmt, um die Strapazen dieses Megaprojekts nachvollziehen zu können. Er hat die Szenen und Probleme in diesem Film regelmäßig kommentiert und Einblicke in seine Vergangenheit, auch aus Kyrgyzstan, gegeben. Das hat dem Film eine persönliche und bodenständige Komponente verliehen. Durch die Wand, wie der Film im deutschsprachigen Raum genannt wurde, wurde zu einem echten Erfolgsfilm, sowohl im Kino als auch auf DVD und bei Streamingdiensten. Außerdem ist Tommy Caldwell enger Freund vom Free-Solo-Kletterer Alex Honnold und trat auch in dessen Film Free-Solo als Gast und Kommentator auf. Heute lebt Tommy Caldwell mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, immer noch in Astus Park in Colorado und ist immer noch aktiver Kletterer. Auch abseits der Dawn Wall hat er viele extrem schwere Routen durchstiegen, erzählt zu den wenigen, die den Air Cap über alle Routen besteigen konnten und letztlich sogar über seine eigene und damit gleichzeitig die schwerste. Tommy Caldwell, ein Mann mit einer prägenden Vergangenheit und einem Finger weniger, der weltweit ein Paradebeispiel dafür ist, dass Erfolg nicht davon abhängt, mit welchen Voraussetzungen man startet, sondern mit welcher Verbissenheit man seine eigenen Ideen durchsetzt.